Musik Applaus Die Afghanen, die Afrikaner, woher sie auch immer sind, werden abgelassen. Bevor Unternehmen in Österreich, Menschen, Arbeitskräfte aufgrund einer fehlgeleiteten Regierungspolitik entlassen müssen, da entlasse ich vorher lieber eine unfähige Bundesregierung. Applaus Die Kriege, die sich auch auf unserem Boden abgespielt haben. Aber was jetzt gemacht wird mit einem Krieg, der uns eigentlich nichts angeht, oder führt irgendjemand von uns einen Krieg irgendwo? Nein. Aber wir haben unsere Neutralität verlassen, wir verspielen unseren letzten guten Glauben in der Welt, indem wir dort mitheulen, ohne Not, mit der Verelendung, mit Massenarbeitslosigkeit und Verarmung. Applaus Und es geht um eine Veränderung. Es geht um eine Veränderung zum Positiven in diesem Land. Und ich bin bereit, für diese Veränderung auch gerade zu stehen. Applaus Und das Höhle zu sehen. Applaus Und das Höhle zu sehen.